Der fliegt da durch! Der fliegt gerade mal da durch! Ach, leck mich doch! Titi, ich hab immer gutes Anski! Ja, natürlich! Oh, nein! Krille! Ach, es ist wirklich schlimm. Den krieg ich nicht so schnell. Schießt keiner mit drauf auf den. Oh! Jetzt bitte nicht die scheiß Krille wieder! Bitte nicht! Gönn mir diesen einen Erfolgsmoment! Ein HP! Oh Gott, ey! Ich sag... Jetzt! Was? Dort bauen sich... Ich glaub's nicht! Mach schon Platz, ich bin der Landfurt! Jawoll! Der ging voll durch ihre Panzer rum! Wir drinnen! Versucht es zu löschen! Kette wurde getroffen! Ich möcht das nicht kommentieren! Komm ich da mit HE durch beim T20? Der ist doch so super weich, oder? Keine Ahnung, ja. Hart ist er nicht unbedingt! Geht's jetzt noch um den T20? Ja, geht immer noch um T20, du Schwein! Jetzt müsst ihr euch benehmen, jetzt ist ein Mod da! Nein! Oh ne! Du gehst jetzt weg hier! Du Schwein! Mach dich runter von meinem Kletterhügel! Nein! Scheiße! Stirb doch mal jetzt! So! So! Jetzt sind das! Dass der da ohne Schaden einfach runterrutscht! Mein Gott, jetzt muss ich mich beeilen! Geh Brorad! Bitte fahr hier lang! Ja! Nicht ausweichen! Nein! Halt! Junge! Fast 900 Ram Schaden! Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet! Geil! Mensch! Jetzt hör doch mal auf! Flucht nochmal! Dieses Geballer immer! Oh, sehr gut! Also sag mal, Raymond, hast du geraucht! Das ist ja wohl... Könnt ihr bitte mal aufhören einfach weg zu sterben, ja? Ja! Zählt das jetzt auch? Oh, ich muss noch... Eine Kette muss ich noch zerstören! Drei, zwei, eins! Ja! Endlich! Meine Güte! Das war aber auch eine sportliche Runde jetzt hier! Hilfe! Zack, zack! Ja, Loki! Und jetzt schieben! Hierher schieben! Ja, sehr gut! Oh, fünf Schaden! So, noch ein bisschen näher, dass ich vollen Schwung hab! Und let's go! Halt! Oh! Jetzt haben wir die ultimative Waffe! Wir machen so ein Rahmenmanöver! Oh, hoffentlich! Drückt mir die Daumen! Das wär geil! Ja! Nee, das ist ja deren Weg! Komm her, du Sand! Oh, der geht davor! Oh, das ist gemein! Das ist gemein! Wann passiert denn das mal, dass die sich helfen? Nie! Oh, jetzt sterb ich auch noch hier, ne? Nass ist... Oh, ich hätt'n voll erwischt! Sind die im Zug? Sind sie nicht mal? Wann passiert das, Chat? Jetzt mal im Ernst! Wann passiert sowas? Dass welche, die nicht mal im Zug sind, sich so gegenseitig retten? Das passiert nie! Aber jetzt! Wenn ich so ne Aktion mache! Das war wirklich ne Chance, ne? Puh! Den Klurak bei den Pokémon-Karten zu ziehen! Oh! Oh mein Gott! Ja! Oh! Oh! Ach du Scheiße! Mega Man! Mega Man! Warum denn gerade jetzt? Angekratzt wird... Oh! Oh! Und ich krieg nichts! Der fliegt da durch! Der fliegt grad mal da durch! Ach, leck mich doch! Och! T.T. Ich hab' immer gutes Angeer! Ja, natürlich! Ich hab' doch wahrscheinlich nen Zyklopen hier als Richtschützen! Und das eine Auge ist verklebt! Der ging nicht durch! Der ging nicht durch! Der ist noch nicht mitbekommen, halt! Der ging nicht durch! Ich darf's doch nicht sagen! Ich sag mal zuerst 52 erinnert mich da an irgendwas! An Teaser nicht, wenn du das nicht sagen wirst! Ich will dich doch bloß ein bisschen angeilen! Ja, das ist schon schlimm genug! Ich geile gerne Jüngling an! Nee, das klingt falsch! Das bitte einmal klicken! Das ist mal bescheuert! Du hast ja gar nichts zu sagen wegen Klippen! Der ist halt einfach im IOD! Was willst du dagegen tun? Ich sprech dir der Arme! Ein bisschen! Kann ich doch hier mal in die Nase rein hier! So! Passt locker rein, der Kaktus! Aber ich muss schon sagen, ich hab' schon echt ne schöne Nase! So eine geile Nase!